Wie Sie Ihr Pflegekostenrisiko mit einer Pflegerentenversicherung einfach und unkompliziert auslagern können. In Deutschland sind fast drei Millionen Menschen pflegebedürftig. Auch sie können jederzeit, zum Beispiel durch einen Unfall oder eine schwere Erkrankung, zum Pflegefall werden. Dabei kann es auch Jüngere treffen. Wenn diese Situation eintreten sollte, kommen erhebliche finanzielle Belastungen auf Sie zu, denn die gesetzliche Pflegeversicherung trägt einen großen Teil der Kosten nicht. In diesem Fall müssen Sie einen großen Teil der Pflegekosten aus eigener Tasche finanzieren. Ihre Rente und Ihr lang angespartes Vermögen werden so im Fall der Fälle schnell verbraucht. Reichen Ihre privaten Mittel nicht aus, dann werden Ihre engsten Familienmitglieder, zum Beispiel Ihre Kinder, zur Kasse gebeten. In den nächsten Minuten erklären wir Ihnen, wie Sie das finanzielle Pflegerisiko mit einer Pflegerentenversicherung ganz einfach und unkompliziert auslagern können. Denn eine Pflegerentenversicherung bietet Ihnen eine sehr gute Möglichkeit, sich finanziell gegen den Pflegefall abzusichern. Mit einer Pflegerentenversicherung können Sie Ihren Versicherungsschutz nach Ihren persönlichen Bedürfnissen je nach Pflegegrad individuell gestalten. Eine Besonderheit der Pflegerentenversicherung ist, dass die Beiträge über Jahrzehnte hinweg garantiert sind und die erwirtschafteten Überschüsse zurück in Ihren Vertrag fließen. Die vereinbarten Leistungen Ihres Vertrages erhöhen sich also stetig, ohne dass Sie hierfür etwas tun müssen. Außerdem können Sie Ihre Beitragszahlung flexibel gestalten. Das bedeutet, Sie können entweder einen monatlichen oder einen einmaligen Betrag in Ihre Pflegerentenversicherung einbezahlen, aber auch die Kombination aus einem laufenden und einem einmaligen Beitrag ist möglich. Für den Fall, dass Sie nicht pflegebedürftig werden, können Sie für Ihre Hinterbliebenen eine Todesfallleistung vereinbaren. So gehen Ihre eingezahlten Beiträge nicht verloren. Zusätzlich zur monatlichen Pflegerente können Sie auch eine einmalige Zahlung, die sogenannte Sofortleistung, wählen. Für die Auszahlung der Leistungen spielt es dann keine Rolle, ob Sie zu Hause oder in einer stationären Pflegeeinrichtung versorgt werden und durch den weltweiten Versicherungsschutz sind Sie auch völlig ortsungebunden. Hier unser Tipp. Es lohnt sich bereits in jungen Jahren, eine Pflegerentenversicherung abzuschließen, denn je früher der Vertrag abgeschlossen wurde, desto länger können auch die Überschüsse einfließen. Zumal die Beiträge in jungen Jahren generell günstiger sind als im Alter. Unser Fazit. Bereits heute reichen die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung nicht aus, um im Pflegefall Ihre finanzielle Existenz und die von Ihrem Partner und Ihrer Kinder zu schützen. Lagern Sie deshalb das finanzielle Pflegerisiko an eine Pflegerentenversicherung aus. Welche Rolle die Beitragsbefreiung im Leistungsfall, das Thema Wartezeiten, Dynamiken vor und auch während des Leistungsbezugs spielen und auf was Sie sonst noch achten sollten, wenn Sie Ihr finanzielles Pflegerisiko an eine Pflegerentenversicherung auslagern möchten, erklären wir Ihnen gerne unverbindlich in einem persönlichen Gespräch.